In Sachsen-Anhalt wird es künftig einfacher, Photovoltaik aufs Kirchendach zu bringen. Das Land hat die Kommunen als untere Denkmalschutzbehörden angewiesen, Solaranlagen auf Kulturdenkmalen im Regelfall zu genehmigen. Sonnige Aussichten für die Kirchen also? Auf jeden Fall sind Kirchen und Kapellen hervorragend geeignet. Für Solarmodule erklärt Oberkirchenrat Stefan Große von der EKM, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Die Kirchen sind immer geostet. Die Südseite ist nun mal zwangsläufig eine Dachhälfte. Da, wo das geht, sollte das auch möglich sein. Bisher hatte der Denkmalschutz Vorrang vor der Solaranlage. Mit dem im Bund verabschiedeten Erneuerbare-Energien-Gesetz wurden Klimaschutz und der Betrieb von Anlagen zum überragenden öffentlichen Interesse. Nach dem Landeserlass jetzt sind nur mögliche Schäden am Denkmal ein Grund, um Solar nicht zu genehmigen. Optische Gründe spielen keine Rolle mehr. Erzeugt die Solaranlage den Strom fürs Denkmal, kann sie sogar nur in besonderen Einzelfällen abgelehnt werden. Sprichwörtlich die Bewahrung der Schöpfung. Die gute Schöpfung Gottes zu schützen und zu wahren und zu pflegen, das ist unsere Aufgabe. Wir sind eher der Gärtner und nicht der Rohstoffunternehmer, der sie ausbeutet. Herausragende Denkmale wie die Wittenberger Schlosskirche oder die Dome werden auch künftig nicht mit Photovoltaik zugepflastert. In Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es ohnehin auch gelungene Lösungen, die den Denkmalschutz und den Klimaschutz berücksichtigen. Interessierten Kirchengemeinden hilft eine 30-seitige Broschüre bei der Entscheidung für oder gegen Solarenergie. Aus der Kirchenredaktion Torsten Kessler, Radio SAW.